so leute hallo das ist ein kleines info video das let's play von nobelivien muss erstmal kurz pausiert werden da mal eine festplatte durchgeknallt ist ich nehme gerade hier von meinem laptop aus auf ich weiß nicht woran es lag das war auf einmal total am laggen es ist alles zusammengebrochen ich werde die folge gleich mal hochladen und dann würde ich sagen ja ich sag erstmal vorläufig spätestens am wochenende also nach ostern ja doch nach ostern denn da werde ich viel mit der familie unterwegs sein tschau leute